Hallo, mein Name ist Markus Faller und ich bin Schlagzeuglehrer an der Städtischen Schule zur Musik und Darstellende Kunst in Bühn. Auch sehr gerne gebe ich mein Wissen als Schlagzeuglehrer weiter. Sehr gerne an einer Schule wie dieser mit dieser wunderbaren Ausstattung vor allem im Schlagzeugbereich. Wer also schon immer mal Schlagzeug, Trommeln, Percussion ausprobieren wollte, sich bisher vielleicht nicht getraut hat, einfach eine Probestunde ausmachen, vorbeikommen, sich die Sachen anschauen. Ich freue mich.